Ja, ich hab eine. Hab ich dich. Hey, das hab ich für die Uni gespart. Diesmal hab ich eine gefangen. Das war meine Qualle. Oh, entschuldige, Kumpel. Warte, ich weiß. Ich halt sie dir hin und dann fängst du die Qualle. Du darfst nicht so viel nachdenken. Stell dich weiter nach vorne. Vorne? Beug die Knie, tief atmen. Nase putzen. Augen zusammenkneifen. Na, wo bleibt dein Quallengesicht? Zeig mir dein Quallengesicht. Das ist mein Quallengesicht. Oh, hier. Hier. Ich bin der schlechteste Quallenfischer der Welt. Stimmt. Denk immer dran, SpongeBob. Das ganze Glitzerzeug ist es nur selten wert. Danke, Kumpel. Ich befolge deinen Rat. An seiner Stelle würde ich aufpassen und nicht barfuß im Rosenbeet spazieren gehen. Warum mach ich das nochmal? Weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass SpongeBob so zerstochen wurde. Ja, und wieso noch? Weil sie die perfekte Illusion einer Qualle zum Leben erwecken werden. Und auch der beste Tänzer des Camps sind. Ha, das stimmt. Das bin ich. Im letzten Jahr war ich Primo Ballerino in Unterm Schwalensee. Ihr hättet mal einen sterbenden Schwalen sehen müssen. Und heute werden sie wieder sterben. Ganz genau. Denn heute tanzen sie den... ...Quallensee. Den Quallensee? Hm. Okay, ich bin dabei. Gestern ist vorbei. Es kommt auf heute an. Nur heute, heute, heute. Hey, da kommt das Quadrat-Hosenkind. Hier. Ja. Ja. Haben wir schon angefangen? Ja. Vorhang auf für das Ballett Quallensee. Tanz, Primo Ballerino. Zum, zum, ich tanze. Zum, 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 ich tanze. Zum. Spock, spock. Da drüben ist eine fette hässliche Qualle. Ach, ja? Und du hast freie Bahn. Oh, Mann. Na los, trag mich. Da vorne ist sie. Ja. 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 Puh. Ja. Oh, das hat wehgetan. Ist sie tot? Nein, sie lebt noch. Hört sich an wie ein ganz böses Wort. Sie ist verletzt. Das ist deine Chance, sie zu fangen. Nee! Nein! Elwood, ich hatte doch gesagt, kein Flossen entlösen. Wir haben es geschafft. Okay, die Party auf dem Grund des Schmuddelsees kann jetzt beginnen. Ja! Uah! 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 Ja! Hiya! Hiya! Woohoo! Ha-ha! Ha-ha-ha! Hey, du! Was sind denn das für Blasen? Das sind nicht meine... Hä? Musik? Von tief unten? Bestimmt ein Radiosender von Außerirdischen. Keine Außerirdischen, das sind diese Kinder aus der Jollenhütte. Die schmeißen da unten eine Tanzparty. Eine Party? Wieso hat mich dazu niemand eingeladen? Es muss sich dabei um einen Irrtum handeln. Egal, eine geborene Hochnass braucht keine Einladung. Hey Leute, Spongebob schmeißt gerade eine Tanzparty auf dem Grund des Sees. Weitersagen. Hey, es gibt eine Tanzparty auf dem Grund des Sees. Weitersagen. Tanzparty, Grund des Sees. Weitersagen. Tanzparty! Merkwürdig. Hast du gesehen, wo die anderen Campkinder hin sind? Ähm, Elwood? Elwood! Keine Sorge, Camper! Mrs. Puff ist unterwegs! Okay, haha, ja! Ruhig bleiben, Spongebob. Mrs. Puff ist gekommen, um dich zu retten. Um mich zu retten? Aber wovor denn retten? Dass du nicht auf dem Grund des Sees absinkst. Hä? Uns muss doch niemand retten. Wir schmeißen eine Tanzparty! Ja! Tanzen wir ein Bugge zusammen, Mrs. Puff! Oh, euch geht es gut, Neptun, sei Dank! Sekunde! Ihr schmeißt eine Tanzparty? Aha, wir sind absichtlich untergegangen. Ja, voll verabsichtlich! Das war also Absicht, ja? Für eine Tanzparty! Habt ihr euch denn nicht gesagt, dass die allerwichtigste Regel des Sees ist? Nicht untergehen! Doch, ja! Mee! 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 Jetzt bleibt ihr alle da, wo ich euch sehen kann! Moment! Wo ist Patrick? Hey, Mrs. Puff! Ich glaub, ich hab jetzt endlich den Trick mit dieser Schwimmgeschichte raus! Und ich, ich fürchte, ich muss mich gleich übergeben!